Der Montags-Maxi bei Hitradio FFH. Hey Party People, neulich war ich wieder bei einem Kumpel von mir, okay? Und der hatte eine brandneue Virtual Reality Brille am Start. Und ich sag's euch, das ist so geil, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist so ein fettes, schwarzes Teil, wie eine Brille halt, ja, wo ein Computerbildschirm eingebaut ist. Und das ziehst du dir über die Augen und dann hast du einfach so einen schwarzen Ziegelstein auf der Nase. Das sieht so ein bisschen aus, als ob eine sehr fette Fledermaus dein Gesicht umarmen würde, okay? Ich setze diese Brille auf und der lädt das Achterbahnprogramm. Seitdem hasse ich diesen Kerl. Ich setze diese Brille auf und ich sitze in der Achterbahn, Alter. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich finde virtuelle Achterbahnen genauso scheiße wie echte Achterbahnen. Das menschliche Gehirn kann nämlich keinen Unterschied ausmachen zwischen Realität und virtueller Realität. Das heißt, dein Gehirn glaubt wirklich, dass du gerade einem Zombie eine Axt durch den Schädel rammst, während du in Wahrheit noch auf dem Klo sitzt, ja? Und deswegen wurde mir das so übel, weil mein Hirn den Unterschied nicht kennt. Und deswegen hat mein Kumpel noch Notfallplan entwickelt und hat gesagt, Maxi, ich hab da was für dich, setz die Brille nochmal auf. Ich setze die Brille nochmal auf und er lädt den Spazierengehen-Simulator. Das ist einfach ein Spiel, wo du virtuell zwei Stunden lang durch den Wald läufst. Und wisst du, was mir aufgefallen ist? Ich finde virtuelles Spazierengehen genauso langweilig wie echtes. Bis nächste Woche. Comedystar Maxi Gstettenbauer. Immer montags bei Hitradio FFH. Tickets für seine Shows und alle Termine gibt's bei FFH im Web und in der App. Musik 1. Musik 2.